Na nun, was ist denn jetzt schon wieder los? Ah, es ist ja schon wieder Samstag und ihr seid auch schon wieder da. Herzlich willkommen zur Yadakar Challenge, bei unserer achten Aufgabe diese Woche an diesem Samstag. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche haben wir das Thema für euch Umweltschutz. Dazu befinden wir uns, wie ihr sicherlich sehen könnt, in der freien Natur. Genau das gleiche soll die auch machen. Denn das Motto lautet, gestalte deine eigene kleine grüne Woche. Dazu haben wir viele verschiedene Aktionen für euch geplant, die ihr natürlich weiter erweitern könnt. Wir haben zum Beispiel für euch im Programm, was ihr machen könnt, blaue Müllsäcke. Damit sollt ihr nach draußen gehen, ein bisschen Müll sammeln und so die Umwelt und die Natur mit unterstützen. Weitere Aktionen. Ihr könnt zum Beispiel, nehmt euch eine Gießkanne, geht nach draußen und gebt den Blumen und den Bäumen, natürlich nicht pflücken, aber wir haben sie hier, gebt sie ein bisschen Wasser und unterstützt auch damit die Natur. Oder, was ihr auch machen könnt, schnappt euch eine Schüssel, geht nach draußen auf den Balkon oder in den Garten, füllt ein bisschen Wasser rein und so haben unsere Vögel und die Insekten ein bisschen Wasser. Natürlich können wir euch viele weitere Aktionen überlegen. Macht was Schönes draus, schickt uns eure Einsendung, wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche, viel Spaß.